ARD Text im Auftrag von Funk Vater! Die See siehst du! Die See! Vater, beruhig sie! Alle sind sicher, dass sie das Schiff des Königs sinken sahen und mit ihm der großartige Mann selbst zugrunde ging. Und er ruderte mit starken Armen, kräftigen Zugs, der küsste zu, der ist ertrunken! Nie sah ich etwas irdisches, das so edel aussah. Es läuft gut. Der Teufel spricht aus ihm. Nein, 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 aus dir. Die Pest sollte ich heim suchen. Hab ich jemals jemanden gesehen, die man... ...man nennen könnte! Nichts könnte mich mehr freuen. Nichts könnte mich mehr freuen. Ja, sag dich so. Positiv, also mehr freuen. Ja, mehr freuen. Nichts könnte mich mehr freuen. Ja, das ist was anderes. Ja, das ist was anderes. Mehr. Nichts. Ja.